...Dingüber für Tabern auf Platz 1 bin. Moin und herzlich willkommen meine lieben Freunde der Sonne zu einer weiteren Folge Minecraft Mario Party mal wieder. Boom! Mit dem SideX. Hallo, ich hab natürlich direkt das 6 gewürfelt, ob es so hieß. Und was hast denn du schönes gewürfelt? Ich hab keine 1. Keine 1? Nee, aber du wirst es gleich sehen, was ich hab, weil du nicht... Oh nein, nicht schon wieder der! Oh nein! Oh mein Gott, wir sind ja zusammen. Ja, Leute, wir spielen heute mal kein... Oh, Herr Pferd, machst du Scheiße. Wir spielen heute mal kein Hexit, wie euch aufgefallen ist, weil wir cool sind. Ähm, und... Aber nur den Detectives unter euch ist aufgefallen, dass wir kein Hexit spielen. Ja, ja, also... Wahrscheinlich gibt's dann auch die Leute, die mir auf Zufall... Wenn ihr unseren Kanal eigentlich gar nicht kennt, sondern nur nicht Zufall hier seid, dann schreibt jetzt mal ich in die Kommentare. Ich frag mich, wie viele das sind. Wahrscheinlich schreiben das jetzt alle aus Provocats. Ich weiß nicht, welches Pferd mir gehört. Bist du im R5 Modus? Ja, klar. Ja, ich bin so richtig gut. Gott, jetzt hab ich's... Ich bin auch im R5 Modus rausgegangen. Du wolltest noch irgendwas erzählen grad. Ich fahr grad richtig schlecht. Weil ich irgendwie immer so mein Pferd nie richtig... Also, ich fahr auch immer ein Pferd. Ich reite es nicht mehr. Nein, ich fahr es ab sofort. Ah, komm, von mir muss noch einer... Was grad da stehengeblieben, von wegen Hexit. Und nicht Hexit. Was? Nicht Hexit? Ja, genau. Also, ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich stehengeblieben bin. Nein! Nein! Ja! Ja! Ich bin Dritter! Boom. Nice. Das war... Ne, das war einfach halt so richtig knapp, ne? Ja, ja, ja. Ähm. Ja, das haben die jetzt einfach alle nicht gehört. Ne Eins! Ich hab einfach ne Eins, es war ne Sechster und dann kommt ne Eins. Und... Ne Sechs. Ja! Ich hab ne Zehn. Das schreib ich natürlich direkt in den Chat, weil es alle von euch interessiert. Also, ich wüsste hier keinen, wie es sich interessiert, dass ich ne Zehn gewürfelt hab und auf Platz eins bin. Scheiße! Oh Gott! Ja! Bogenspeed! Denk mal drüber nach! Okay. Ich nehm's für's, wenn nicht. Ähm. Vor allem in meinem Texture Pack backen die Texturen hier auch nicht rum. Das ist wunderbar, immer. Ähm. Und... Oh, Gleil! Ich werd gefokust! Hilfe! Natürlich, du wirst. Hä? Läuft! Ah! Der Bogen muss auf... Okay, mal. Ein Shotball. Dezentrum. Ah, man kann... Als ob dieser Scheiß-Typ so'n Lack hätte, ey. Hier steht so'n Typ einfach die ganze Zeit nur rum. Ich bin durch mein eigenes Loch gefallen! Das hat auf jeden Fall einen Preis verdient. Ja, ich krieg einen Preis-Leute hier eigentlich. Ja. Das ist... Das ist voll schade eigentlich. In diesem Texture Pack ist es nicht so, dass quasi diese... Das ist dem Junge falsch. Weil... Anna-Youtuber sieht, dass du so... Nein! Der Junge fliegt in der Luft rum. Ja. Ja. Die wie Haug. Ich bin grad... Ich bin grad schon... Alles klar, Leute! Mann, der Junge hackt! Alles klar! Ich dachte, er ist der Bug drum, aber... Ich würde sagen, Enjoy Bun. Ja. Vor allem, er... Er stellt sich jetzt wieder so über... Über so'n Fleck, der nicht... Oh mein Gott! Ja, ich hatte vorhin gesehen, wie er stehen geblieben ist. Und dann einfach ein Stück hoch geflogen ist. Kann man ja immerhin auch mal machen. Ist ja überhaupt nicht erbärmlich oder sowas, aber... Ah, wie schrecklich ist das eigentlich. Vor allem, diese Leute... Oh, ich... Ich geh grad an. Diese Leute gewinnt zwar solche Spiele, aber sobald es mal auf was anderes ankommt, wie nur überleben. Für die und so alles. Mh... Zum Beispiel vorhin Pferde rennen oder Jump'n'Run oder sowas, wenn sie nicht grad rüberfliegen. Also, vor allem, er bugt dann auch wieder zurück. Oh! Alles klar! Läuft bei unserem Freund auf jeden Fall. Bester Mann. Miss Geburt. Der Chat rastet aus. Huso Wichser. Ja, das ist das Chat. Man, wie kann man zu erlärmlich sein? Also, ich versteh's nicht. Warum macht man das? Macht das irgendwie Spaß? Vor allem, er wird nicht mal Erster! Er wird nicht mal Erster! Ich fahr ja das grad zu hart. Ist das geil. So, jetzt bitte ne Eins, komm! Oh, schade, ne Sechs. Ich hab ne Fünf. Streber. Scheiße, Schroß. Ja, genau. Ich hab, äh, nach ewigen Studiengängen der Würfelologie. Ja, die heiße Würfelologie. Würfelologie. Würfologie. 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 Oh! Nein, ich hab ein Bowserfeld. Bitte, bitte, bitte. Werd-Grün, 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 Werd-Grün! Drei Felder zurück. Vier Felder nach vorne. Nein, das ist zuvor. Nein, ich s'hoffn. Nein, du ist ein Fan vor mir. Ampel Rainer. Ampel Rainer. Oh, da fliegt es bestimmt wieder über die Absperrung. Oder? Oh, ja. Oh, hoffentlich, hoffentlich, komm. Ja, komm, komm. Flieg weg. Komm, komm, komm. Flieg wie der Wind. Hey, Sir. Hast du runter raus? Das, das doofe ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich's dir schon gesagt hab, aber ich hab vor ein paar Tagen, ähm, meine Steuerung umgestellt. Ja, genau. Ich hab mich gerade bewegt, als es rot war und ich bin nicht zurückgeportet worden. Alles klar. Das ist ein Hexer. Aber er, und er ist trotzdem gestorben. Nein, nein, ist er nicht. Nicht? Nicht? Hä, als ob der jetzt immer noch nicht im Ziel wäre. Hey, stopp! Oh, das ist ja richtig knapp. Oh, scheiße, ey. Das passt nicht weiter. Oh, mein Gott. Er ist nicht meine Top 3. So lächerlich, Hexpeed. Vor allem, wieso, warum macht man das? Es ist einfach so erbärmlich. Vor allem, wenn man da noch verliert. Ah. Na ja. Er, er kommt halt einfach mit seinen neuen Schuhen noch nicht zurecht, ne? Ausgerüstet. So macht man das. Er kommt halt, du, mit den neuen Schuhen, das muss man halt erstmal wirklich üben. Oh, scheiße. Ich bin... Nein, Bowser fällt. Bitte, bitte. Zwei Felder nach vorne, Bowser fällt. Yes. Ich bin immer noch vor dir. Zwei Felder vor dir, yeah. Ey. Ich feier das so hart. Ich auch. Ach, du bist erster Streber. Ja, scheiße. Jetzt, Alter, du hast Hackerlogie studiert, ey. Ja, ich hab Hackerlogie. Oh, oh, scheiße. Oh, ich mag dieses Spielmodus nicht. Und vor allem, ich bin komplett in der Mitte. Ich wette, ich krieg gar nichts hin. Vor allem, weil ich auch schon aus Natur aus nicht so gut mit dem Bogen bin. Ich habe Bogologie nicht studiert. Der Studiengang wurde leider nicht angeboten in der Minecraft Hochschule. Das tut mir leid für dich. Du hast ja bestimmt studiert. Oh, man. Es leckt bei mir irgendwie so ein bisschen. Oh, fair. Das ist nicht gut. Oh, grad hab ich ne Kombo. Oh, stich. Genau, weil du beim Bogen auch ne Kombo landen kannst, ne? Ja. Nein, er wurde mir einfach vor der Nase weg. Nein. Ja, so ging's mir grad auch. Ja, geil. Es leckt richtig hart bei mir. Und leckt es? Weiß nicht. Oh, schon wieder. Boah, ich treff grad gar nicht mehr. Mann! Und dann wär... Ey, ab! Ja! Ich krieg ne Raster! Ich krieg ne Raster, ey! Mir wurden... Mir wurden 4 vor der... Genau als ich abgeschossen hätte weggezogen, ey! Mann! Ich hatte... Oh, ne 6? Uh! Boom! So, jetzt ne 5. Komm, ne 5 ist drin. Komm, bitte, bitte, bitte. Ich hab ne 5. Ah, nicht. Ne 2. Nice. Ey, du kannst mir den Brausewürfel gar keine 5 für filmen. Bitte ne 5, bitte ne 5. Ich bin dritter Platz. Bitte ne 5. Komm! Schaffen wir. Oh, wir sind Erster und Zweiter. Oh, wir sind... Oh, wird das etwa ein Doppelsieg? What's up? So, 6 und 4. Würde ich am Montag schon gerne bei Mr. Trashback sehen. Also... Ja, also... Mr. Trashback, wenn du das... Wenn du das hier siehst, wovon ich ausgehe, dann... Also, ich mein, eh jeder YouTuber schaut noch unsere Videos an. Haha, ist das selbstverständlich? Oh, Wohlblock. Ja, da hab ich gleich richtig Bock drauf. Also bitte, wenn ich... Ich... Ich wieder mal nicht, weil ich immer noch nicht mit meinen Sneaken und Sprinten zurechtkomme. Ich hab das halt für Fast Bridgen umgestellt und deswegen... Ähm... Okay. Ist das halt irre schwer, weil ich halt... Weil ich will halt eaglen können. Oder Fast Bridgen. Und gleichzeitig will ich halt aber auch noch straven können. Und das heißt, ich muss das alles beides mit nem kleinen Finger managen. Ähm. Unpraktisch. Ich hab grad sehen... Bei mir ist... Uh! Unser Räumen einfach ist nicht mehr Mario Party. Dieser... Der ist nicht mehr da. Oh, guck mal! Der... Der... Der fliegt doch oben rum. Guck. Guck mal hoch. Ach nee, das sind die Tonen. Man ist irgendwas mit Hauk hieß der am Ende. Ja, wahrscheinlich wurde er gebannt. Guck mal. Stell dir vor, du beleidigst die, die da oben fliegen jetzt so als Hacker. Ich würd's von, was ich finde. Scheißhacker! Oh, kann stehen bleiben. Ich bin voll damit. Oh, ich... Ich wär fast tot gewesen, ey. Ja. Uh! Uh! Hier waren... Oh, nein! Ich bin über den Block drüber gesprungen! Das muss man auch... Ich konnte stehen bleiben! Ich bin dritter! Ich bin zweiter! Ich bin zweiter! Nein! Nein! Ja! Ich bin... Ja! Nice, ey. Einfach so richtig knapp. Boom. So, jetzt... Aber... Ich ver... Ich werde... Ich verkack jetzt den ersten Würfel. Oh, nee, ne vier. Nice! Uh! Ich hab ne fünf in der Summe. Also, ich hab nur einen Würfel gehabt. Und? Was noch? Und ne sechs! Nice! Yes! Nein! Das ist überhaupt nicht nice für mich eigentlich. Äh... Scheiße! Das ist nicer Scheiß! Was ist so das? Nein, du bist erster. Niceer Scheißer! Oh, zehn und elf! Oh, ein fällt vor mir! Hallo! 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 Ja! Okay! Du musst echt schnell sein! In einer Sekunde... Waren dann weggekommen... Oh, mein Gott! Oh! Ich... Ich hab keine Ahnung, ganz ehrlich. Scheiße! Scheiße ich auch nicht. Ich hab... Ich weiß das nicht! Schlagt mich bitte wenn's falsch ist! Es war auf jeden Fall endliches Ah, schade Oh, richtig Ah, ich hatte es falsch Ich habe ein paar Jahre drauf gerechnet Ich wusste, ich wusste, dass es genau endet Es war so Was ist seltener Diamanten Was ist seltener Diamanten Es lag bei mir irgendwie gerade richtig hart Ich habe keine Ahnung, was hier los ist Ich bin das wahrscheinlich Ui, ich habe gewohnt, bei mir spritzt Das müssen wir jetzt Welchen Tier hat der Creeper Angst? Das ist auch einfach Also bis jetzt bin ich sehr überzeugt von den Spielmodiken Ja, ich auch Oh Mann, ich bin einfach alle so drei haben Aber jetzt muss man halt irre schnell erleben Wie viele Schallplatten gibt es im Ich weiß nicht, wie viele Schallplatten es gibt Ich glaube, es gibt zwölf, aber ich schaffe es nicht mehr hin Ich habe es nicht mehr geschafft Nein, doch Wie viel war es? Alles gleich, ich bin raus Zwölf Mann, ich bin nicht mehr hingekommen Doch kann man vermeiden Oh, was soll ich so eine Scheiße wissen? Ja, ich bin noch vier, das ist falsch Eins, zwei Eins, zwei Ne, es ist Mann, zwei Ich muss eigentlich richtig haben Ah, ich spür's jetzt aus Nein, was du denkst Ich mag diese ganzen Fragen nicht, die man einfach nicht wissen kann Ne, die kann man jetzt wissen Ja, die kann man wissen, die habe ich auch Aber so Fragen wie, wie oft kann man von einem Minecraft-Buchnessen Es juckt doch niemand Ich hätte viel Oh, ich glaube ich war dritter Ich hätte viel lieber solche Fragen, die allgemeinwissen betreffen Okay, Sidex, drück mir jetzt die Daumen, ich kann gewinnen Ne 3 Nein Fuck Scheiße, ich kann jetzt Oh, man Ich habe ne 4 gewürfelt Und ne 2 Oh, ich auch Also ich habe ne 4 in der Summe Oh, man Die sind gleiches Feld Achso, ne, ich habe ne 5 in der Summe Das heißt, ich habe einen Vorsprung ausgebaut Okay Ja, du hast noch 5 Feld Bis dem ziehe ich noch 7 Das wird auf jeden Fall knapp Der Hintun Das ist erst auf Oder braucht noch 14 Immer diese abgehobene Tedixe Oh, Spannung Oh, Leute, das ist das spannendste Spiel der Welt Ja Oh, Gott Oh, Gott Ding, 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 ding Okay, erstes abzüglich Hä, warte mal Was ist das so ein Symbol, das zweite? Ah, jubb Pfff Das habe ich jetzt nicht gefragt Was ist das für ein Symbol? Also, ich habe keine Ahnung Ich kenne dieses Symbol nicht Kannst du mir weiterhelfen? Wir haben Ähm, ne, ich weiß es auch nicht Ich habe das halt irgendwie noch nie gesehen, ne? Das ist halt sowas, was du in deinem Leben siehst, wirklich Ja, wird man immer im Leben So, zwei Baut nie synchron im Leben Nein, scheiß der hat es abgeholt, nein, ich will nicht sterben, bitte nicht Oh mein Gott, fuck Mann, ich kann es schaffen Wenn ich mich jetzt hier nicht verbaut hätte Ich habe mich verbaut Nein, 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 mein letzter Block Mein letzter Block Ja, ich habe eine 6 Ich habe auch eine 6 Und eine 4 Oh nein, du bist... Ja, 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 ich bleibe einfach zwei Fälle vor dir Warum, ey, das ist... Oh nein, hallo, hallo Nein, hallo, hallo Geh, geh Wer hat gelb, siehst du, die sind auf meiner Seite Das war ja ein krasses Finale Oh, Mann Aber, geile Runde Der hatte natürlich, ich hatte mal wieder einer Glück Okay, ich muss sagen, ich hatte auch Glück mit meinen zwei Bowserfeldern Die mir insgesamt sechs Felder gebracht haben Ja, meins hat mir minus drei gebracht Also, es ist hier mal die neun Punkte Unterschiede, die nur wegen Glück kamen Nein, 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 nein Jetzt fange ich wieder an zu heulen Das hatten wir schon mal das Thema Also, ich gönne mir jetzt natürlich gebührend den ersten Platz, ne? Wo bist du eigentlich? Äh, nicht bei Mario Party, warte, ich komm Warte, komm mal in Lobby 4 Komm mal in Lobby 4 Komm mal in Lobby 4 Ich bin in Lobby 4 Komm mal hierher, komm mal hier zu mir, Rippo, die, komm mal hin Komm hier Also, ich schaue zu dir herauf Ja, Leute Komm zu mir, sei das Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge Minecraft Mario Party Wir hoffen, es hat euch gefallen War ja zum Ende doch noch ziemlich viel Lack bei SideX dabei Wenn's euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da Ähm, und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal.